Ecco ti qua, ti stavo cercando dappertutto. Sono qua perché ho sentito la voce di Papa. Sei pronta, dobbiamo andare adesso. Entschuldigen Sie, dass ich hier so platze rein, aber Lilli hat jetzt de baletto. Kein Problem, Francesca. Das ist Frau Wiegand, die neue Rektorin der Schule. Francesca, Lillis Kindermädchen. Freut mich. Mich auch. Komm, Lilli. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, ihr beiden. Also jetzt mal nochmal nach New York zu gehen halt. Hast du mich in New York betrogen? Moment, jetzt nochmal ganz mal vorne. Es ist so, dass ich dort diesen Film machen kann. Und dass ich einfach mich in New York wahnsinnig wohl gefühlt habe. Ich weiß nicht. Ich brauche das irgendwie jetzt nochmal. Es tut mir total leid, Thomas. Es ist einfach, mir wird das gerade erst so klar. Es ist ja... Es ist scheiße von mir, ich weiß. Ich kann nicht nach München jetzt gehen. Da passiert nichts. Da hat... Vor der Karriere hat dann nichts passiert. Ist da nichts passiert in den letzten zwei Jahren. Weil du einfach eine schlechte Schauspielerin bist. Du hörst mir überhaupt nicht zu. Doch, ich höre dir zu. Du erzielst nur zu wenig. Ich schätze mich nicht. Bis dahin. Untertitelung des ZDF, 2020